Hallo, ich zeige euch in den kommenden 28 Minuten die komplette zweite Hexenkrist. Mein Charakter steht bereits am Altar des Toten Geistes bei Held Hector. Als erstes werden wir zum Papst Luzian ans Templer Hauptquartier geschickt. Praktisch ist es, seinen Heimatort jetzt schon in Laxi zu haben, um schneller zum Papst zu gelangen. Ich habe das so eingestellt. Später ist dann Horizon empfehlenswerter. Portet euch zu Laxi Anka und vom dortigen Teleporter könnt ihr euch entweder zur Sireneninsel oder zum Echsenmenschenhabitat porten. Beide Strecken sind in etwa gleich weit. Wie jetzt gut zu sehen ist, befindet sich das Templer Hauptquartier auf der Map bereits in Sichtweite. Übrigens die Plattform wird später noch eine wichtige Rolle in einem für Rebels eher untypischen Rätselspiel. Und schon sind wir beim Papst. Ein wenig Plauderei bringt uns einiges an EXP. Weiter geht es zurück zu Held Hector. Jetzt erstmal via Laxi. Aber ich stelle, sobald ich in Horizon bin, hier meinen Heimatort ein. Da ich jetzt mehrmals schnell zurück zu Hector kommen muss. Wenn man am Wohler öffentlichen Friedhof ankommt, geht es querfeldein zu Held Hector. Wir passieren einen roten Mana Stein, der später für die Talentpunkt Sammelquest vorgemerkt werden sollte, da die roten Geister neun Punkte bringen im Gegensatz zu den kleinen grünen Steinen. Bei Hector geht es mit Smalltalk weiter. Am Ende schickt er uns zum experimentellen Magiefeld, wo wir Fanatiker killen sollen. Dieses Spawnen, sobald wir unseren Charakter ein wenig bewegen, das erste Mal und für den zweiten Schub einfach weiterlaufen. Das hier ist die erste Runde und alle sind zu killen. Und schon sind die zweiten da. Abgeben muss man die Quest wieder bei Hector, also zurück nach Horizon. Und weiter zum Friedhof. Flink Equip ist hier sehr nützlich für die viele Rennerei zu Hector. Held Hector versorgt uns gleich mit der nächsten Quest und schickt uns in die Syrak Ruin. Auch hier heißt es erstmal eine kleine Runde drehen, um die Mobs zum Erscheinen zu bringen. Jetzt sind sie schon da. Ich suche nur noch eine gute Position und los geht's. Auch das hat nicht ausgereicht, also nochmal eine Runde. Ein paar Seelen müssen jetzt noch dran glauben. Und wieder dasselbe Spiel, via Horizon geht's zurück zu Held Hector. Held Hector. Held Hector erzählt uns jede Menge und bereitet uns auf die kommenden Quests vor. Beim nächsten Sprung von Hector kommen wir wieder zum Templer Hauptquartier, jetzt müssen wir die Statuen sammeln. Kleiner Tipp, die Linke lässt sich zweimal sammeln, das erspart etwas Rennerei. Wir porten auf die andere Seite und dort wartet ein Rätsel auf uns. Im Chat steht aber geschrieben, was zu tun ist. Man soll vom ersten Monat und ersten Jahr zum fünften Monat und zweiten Jahr gehen. Die Jahre bilden die lange Seite und die Monate die kurze. Zuerst geht man die Jahre ab und dann die Monate. Wenn das Ziel erreicht wird, bekommt man neue Koordinaten genannt und dort geht man genauso vor. Zuerst Jahre abgehen und dann die Monate. Und schon kann eigentlich nichts mehr schief gehen, bis per Zufall die letzte Koordinate erreicht wird. Und man vor den Eingang für den Espoir Dungeon teleportiert wird. Sollte man trotzdem mal etwas falsch machen, wird man an den Ausgangspunkt außerhalb der Plattform teleportiert. Mit Abgabe der Quest ist man dann auch definitiv Level 139. Nun kann der Dungeon betreten werden und es kann sein, wie in diesem Fall, dass man sofort von 145 plus Mobs attackiert wird. Questmäßig muss man sich jetzt aber erstmal ein wenig durchschlagen. Zum Glück sind immer nur wenige Mobs zu killen. Und die erste Quest muss dann eine Etage höher beim legendären Priester Pykeur abgegeben werden. Recaratron macht weiter mit dem nächsten Auftrag, der auf derselben Ebene eine Plattform daneben losgeht. Auch hier geht es darum, Priester zu töten. Eine Ebene höher geht es wieder weiter. Hier sind auch noch ein paar Priester zu töten. Und das ist die letzte Quest von einem NPC. Wenn alles erledigt ist, können wir einmal den ganzen Raum hier durchqueren, um die nächste Quest zu lösen. Ich nehme die unterwegs an und es geht lediglich darum ein Areal zu betreten. Und der nächste Teil ist, man muss Müll durchsuchen. Ob man dabei erfolgreich ist, wird per Zufall bestimmt. Die einzelnen Müllhaufen haben eine verhältnismäßig geringe Wahrscheinlichkeit. Deswegen kann es schon mal sein, dass man eine Weile damit beschäftigt ist, hier den Müll zu durchsuchen. die nächste Quest ist die Müllschredder-Quest. Hier bekommt man auch eine besondere Belohnung, das Teufelsmädchen. Und wir haben an diesem Punkt der Questreihe Glück, denn der Boss ist direkt da. Nachdem nun der Boss down ist, muss für die nächste Quest lediglich das Portal benutzt werden und es wartet der nächste Gegner auf uns. Schatten-Explosion. Aber erstmal wird das Teufelsmädchen in die Forma gepackt und dann geht es durchs Portal. Leider haben wir kein Glück und müssen auf Schatten-Explosion warten. Das Video startet unglücklicherweise erst nach dem Ableben des Bosses, aber ich gebe die Quest noch ab und erreiche damit Level 140. Nun müssen auf dieser Ebene recht viele Mobs für die nächste Quest getötet werden, aber zu zweit kein Problem. Jetzt... Man sollte auf alle Fälle höllisch aufpassen. Gleich ist gut zu sehen, was passiert, wenn man etwas unaufmerksam ist. Denn die Priester haben Debuffs, die sehr weh tun können. Insbesondere die schwarzen Priester haben die qualvolle Arie und das kann einen mächtig umhauen. Und hier kommt sie, die qualvolle Arie und einmal tot. Aber zurück zur nächsten Quest. Hier muss nun die Maschine durchsucht werden, hinter dem Portal. Danach müssen wir nochmal die Plattform überqueren. Versuchen nicht zu sterben und einfach den nächsten Raum erreichen. Und auf der Brücke hat sich dann die Quest von selbst gelöst. Die nächste Quest hat eine Zeitbegrenzung. Eines der Mobs lässt ein Überwachungsgerät fallen. Das heißt, wir müssen so lange die Mobs killen, bis es fällt. Und danach muss man durch das Portal gehen, das auf der anderen Seite ist. Was nun an Quests auf uns wartet, sind wohl die am leichtesten gesammelten EXP im Leiben eines Charakters in Reppels. Insgesamt müssen fünf Lichtsäulen für jeweils 61 Millionen EXP gesammelt werden. Auch die nächste Quest ist eher keine Herausforderung, aber zunächst geht es erstmal um die Lichtsäulen. einem gewechselt. Ja, ich bin sicher. Wir müssen sie nehmen. Lösen ist das hier. Ich war mit einem Garten. Und ich war ja auf drei Minuten. Nachdem man die fünfte Säule gesammelt hat, geht es weiter im östlichen Raum. Nur durch Betreten des Raums bekommen wir nochmal 41 Millionen EXP. Die Folgequest heißt einfach ein paar Mobs killen in diesem Raum. Das alles geht auch recht fix vonstatten. Zum Glück stehen alle in diesem Raum. Nun muss Hektors Biografie untersucht werden. Dazu geht man am besten die Treppe hinauf und untersucht von oben. Denn da ist man garantiert ungestört. Man muss nur die richtige Position finden und dann geht das ganz, ganz leicht. Im westlichen Raum wartet die erste Hexe auf uns. Das Experiment der Hexe. Wie gut zu sehen ist, kommen uns gerade zwei entgegen, die die Hexe gerade vernichtet haben. Es ist Zeit zum Warten. Beim Erscheiden habe ich die Aufnahme erst später gestartet und nach dem Töten der ersten Hexe sind im selben Raum noch Dokumente auf dem Tisch zu suchen. Und weiter geht es im südlichen Raum mit dem Experiment der wahren Hexe, die ein etwas härterer Brocken ist. Sie ist noch nicht da, wird aber gleich erscheinen. Wie man sehen kann, ist eindeutig mehr HP vorhanden. Die Pads brauchen etwas länger. Und nach dem Ableben der Hexe sind wieder Dokumente gefragt. Also rauf auf den Tisch und suchen. Das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Man sollte sich aber erst Sorgen machen, wenn es mehr als 15 Minuten sind. Für die nächste Quest sind der westliche und östliche Raum nötig. Die Mobs sind keine große Hürde, aber es braucht ein bisschen Zeit und wir fangen mit dem Westraum an und töten die 26 und 29. Tydl. Im Ostraum schließlich werden die Zweierhexenfanatiker getötet. Untertitelung des ZDF, 2020 Und die nächste Quest fordert uns auf den Reanimationsraum zu betreten. Dazu müssen wir in den Südraum gehen und das Portal an der Außenwand benutzen. Aber man kommt noch nicht an das gewünschte Ziel. Stattdessen sollen wir eine neue automatisch angenommene Quest erledigen. Das Gegenteil von Teufelsweib. Dabei sind drei Teufelsmädchen zu töten. Diese erscheinen beim Laufen auf der Brücke und später im Raum auch als Dreierkette. Wir haben ordentlich HP. Und da sind sie auch schon. Sechs Stück für jeden drei. Und mit dem Abgeben der Quest ist der Weg frei zum Reanimationsraum. Und mit dem Durchqueren des Portals haben wir die Quest betrete den Reanimationsraum. Nun muss man das Herz an der Wand sammeln. Und dann geht es auch zur ersten Runde. Das Töten von Lucians dunkler Begierde. Das ist noch nicht schwer, wie man sieht. Die Folgequest ist mit Zeitbegrenzung und der Mob Lucians erweckte dunkle Begierde ist wesentlich schwerer zu töten. Wie am KS gleich zu sehen ist. Aus diesem Grund gibt es hier auch noch ein drittes Pad zur Unterstützung. Knapp 15 Minuten sind aber völlig ausreichend. Mit dem Töten des Endbosses hat man sich 410 Millionen EXP erarbeitet. Und man bekommt seinen Teleport zurück zu Hector. Abschließend gibt es noch 2 Quests mit EXP. Das war Hexenquest 2. Bis zum nächsten Mal.